Wie müssen wir den eigentlich verschieben? Geht nicht, okay. Verbrennungsanlage haben wir nicht. Wir brauchen erst wieder eine größere Bevölkerung. Gut, äh, Bus. Was machen wir mit Bus? So, erstmal würde ich sagen, wir brauchen irgendwie mal so eine Zufahrt. Vielleicht sollten wir auch die Straßen upgraden. So. 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 Ach so, jetzt fehlt hier doch Strom. Stimmt. Hmm, wir machen mal jetzt am besten den Strom. So So wird das gehen, dann muss man hier Okay, oh, Industrie ist wieder ganz viel So Zack Rito Das wäre nicht schlecht Ich weiß bloß nicht, ob es das wert ist Ach komm, mach mal eigentlich mal So, dort brennt es Oder hat es gebrannt Oder Ja, ich glaube, da hatte es gebrannt, genau Gut So, was ist mit Feuerwehr da ist Dann müssen wir Und wieder hier oben noch Das geht aber noch Dann Hier her, ne So Und Polizei Haben wir schon Polizei? Ja Genau Die Schule wollten wir Zack Und alle sind glücklich Sehr schön Gut, da müssen wir ja aufpassen Das passt Das passt auch noch Müll Ja Brauer geht noch So Gut Untertitelung des ZDF für funk, 2017